Dies ist eine alte Aufnahme, wenn du noch auf der kaputten Festplatte drauf war. Die Festplatte habe ich aber jetzt wieder bekommen. Das heißt, es kann jetzt endlich wieder losgehen mit der Torwart-Karriere bei Greuther Fürth. Ich habe aber alles hier am Anfang gesagt, deswegen jetzt viel Spaß. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Torwart-Spielerkarriere bei Greuther Fürth. Und ich nehme mir das an demselben Tag auf, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Nur, dass die letzte Folge am Heiligabend online gekommen ist, ja, specialmäßig. Da habe ich ganz, ganz viele Versprecherdinger gehabt. Weil, das habe ich in der Folge schon gesagt, ich verlinke es euch übrigens einfach mal rechts oben beim i. Da muss ich jetzt schnell wieder die Hand an den Controller packen, dass wir hier weiterhin gut halten. Na, jetzt dürfen wir keinen kassieren, sonst ist das A, glaube ich, weg. Aber wir haben ihn gehalten, sehr stark. Es ist nämlich jetzt kurz vor 12 Uhr, kurz vor dem 24.12. Also ich nehme gerade am 23.12. um 23.45 Uhr diese Folge auf. Das ist sehr interessant und ich werde auch noch ein bisschen Pass aufnehmen. Ich habe ein bisschen was vor, weil ich dann natürlich über die Feiertage dann, ähm, ja, mit der Familie mich beschäftigen will. Und, äh, nicht Zeit habe irgendwie dann hier Videos zu machen, bla bla bla. Und, äh, vielleicht habe ich dann, wie gesagt, mal Zeit irgendwas zu schneiden. Aber dafür muss ich natürlich jetzt alles aufnehmen. In der letzten Folge haben wir zweimal keinen Sieg eingefahren. Eine Niederlage gegen Bielefeld, das war, der, war, die waren Platz 1. Und dann ein 0 zu 0 gegen Platz 2, das war Darmstadt. Ähm, ja, heute spielen wir auf jeden Fall im ersten Spiel den, äh, DFB-Pokal gegen den Hallerscher FC. Die erste Runde, oder zweite Runde, aber ich glaube, wir haben noch gar keine gespielt. Ich glaube, die heißt immer noch zweite Runde, weil nicht alle Vereine dabei sind oder so, weil, äh, es gibt ja auch noch irgendwie Viertligisten gegen die Nahliga und so. Das ist ja nicht, alles ja nicht mit drin. Ähm, jedenfalls, ähm, hoffe ich mir natürlich da einen Sieg. Ich will natürlich weiterkommen und gegen den Hallerscher FC könnte das möglich sein. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, bei der letzten Folge vorbeischauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich mache das Zähne jetzt noch fertig, aber das schneide ich für euch aus. Hui. Ja, wenn ich dasselbe mache, ist das immer noch am besten. Wie aber auch schon in der letzten Folge gesagt, will ich natürlich nicht zu schnell zu krass werden. Deswegen, ab und zu kann man schon mal simulieren oder halt einfach ausfallen lassen. Okay, wir spielen zu Hause sogar im Pokal und, äh, ich will weiterkommen. Also, lass das tipptopp werden. Ähm, lass der Trainer die nicht wechselt. LOL. Dem hat überhaupt keine Ausdauer, vor allem dieser ZOM da. WTF, okay, äh, egal. Wir schauen rein, let's go. Es regnet. Mega nice. Auch in echt draußen. Geil. Dass die es auch nicht geschafft haben, dieses scheiß Overlay zu machen, das ist so traurig. Also, ich weiß es ja nicht. Es ist jetzt nur spekulativ. Aber, ich würde mal davon ausgehen, dass es eher so eine Partie ist, wo ich einfach nur die Share-Taste drücke. Das heißt, dass ich zwischen den Kameraperspektiven hin und her switche. Ich schätze es einfach mal, dass es nicht so viel in unsere Richtung geht. Nur so als Motor. Alter. Die wissen es auch. Jeder weiß es, dass wir ganz, 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 ganz stark anfällig sind bei Flanken. Ich decke schon wieder den kurzen Pfosten. Und er steht wieder am Langen, am Hinteren. Ich jump wie Superman hinterher. 1-0 für den Hallerschen FC. Komm, es ist Nachspielzeit. FIFA liebt doch Tore in der Nachspielzeit. Ah, er pfeift ab. Was ein Scheiß. 1-0 für den Hallerschen FC. Und das in der ersten Halbzeit. Sie haben es eine Halbzeit durchziehen können. Ja, ich kann wieder nur blöd gucken, weil ich quasi der Schuldige bin. Also, ich bin nicht der Schuldige, aber es ist dumm. Ich muss einfach besser stehen bei diesen Scheiß-Flanken. Klar, Schuldigen sind auch die Vierter, die das auch nicht verteidigen. Also nebenbei angemerkt. Und der Trainer, der einfach eine halbfitte Mannschaft, eine halbtote Mannschaft auf den Platz gestellt hat. Ja, denen könnte man auch die Schuld so ein bisschen geben. Aber natürlich stehe ich am Feld. Ich bin fit. Und ja, der Ball kommt auf meinen Kasten. Und ich stehe oft bei den Flanken falsch. Und hier eben wieder. Ja, natürlich. Ja, das sieht schlecht aus, Leute. Und das ist scheiße. Der Schuss hat natürlich genau gepasst. Ich habe natürlich ganz, ganz schlechte Sicht gehabt. Und auf einmal kam der Schuss. Guck mal, eigentlich muss er hier pfeifen dafür. Eigentlich muss er dafür pfeifen, finde ich. Ich habe nicht, ich habe ohne Spaß, ich habe nicht gesehen, was jetzt abging. Okay, mein Verteidiger hat ihn sogar noch ein bisschen abgefälscht. Und ich bin relativ spät gesprungen, deswegen, weil ich eben verwirrt war und schlechte Sicht hatte. Ja, das war natürlich nicht so geil. Und der Schuss war auch platziert, also... Yes! Yes, Junge! Ich habe es schon in der anderen Folge gesagt. Ich darf nicht so rumsteinen, was ich eigentlich bei den Toren gerne mache. Aber die haben uns hier richtig eingeladen. Also, es besteht nur noch so ein Fitzelchen Hoffnung. Nur noch so ein Fitzelchen. Und wir haben tatsächlich schon in Runde 1 scheinbar gespielt, weil... Der schon sein zweites Tor gemacht hat jetzt. What the fuck, was war das? Mal wieder die guten alten Spätzchen, der auch nicht macht. Krass, dass der Ding die halten hat. Dann haut der erst mal einen Fall, drückt sie ja raus. Was ist hier los? Wie gesagt, mal wieder die guten Anspätzchen hatten sie ja schon oft gemacht. Sowohl in echt als auch hier in FIFA. Nice. Jetzt gibt es tatsächlich Verlängerung. Ich meine, ich bin froh, dass wir uns überhaupt in die Verlängerung gerettet haben. Hätte ich nicht mehr gedacht. In den letzten 10 Minuten zwei Tore gemacht. Komm, bitte. Der Torwart hat einen absoluten Fehler gemacht. Yes. Boah, ich würde so abgehen jetzt, wenn es nicht so spät wäre. Es ist übrigens schon Weihnachten jetzt. Also, halt egal. Nein. Alter, der Torwart hat auch mal einen Fehler gemacht. Ist das nicht geil? Das ist die Entscheidung. Das ist der Siegtreffer. Sack zu Parker. Torwart sieht auch hier nicht ganz perfekt aus. Was, wie gesagt, auch mal in Ordnung ist. Zu Hause in Fürth schaffen wir es dann doch in der Verlängerung. Sowohl in der ersten Halbzeit der Verlängerung als auch in der zweiten zu treffen. Beides mal durch Parker. Wir springen direkt zum anderen Spiel, ohne jetzt noch viel rum zu machen. Wir sind weiter in der nächsten Runde vom DFB-Pokal. Die Fans gehen ab. Und das gegen den Hallescher FC in der Verlängerung. So, wir haben das Spiel gegen Bochum, gegen Platz 15. Da könnten wir jetzt schon eher mal wieder einen Sieg raushauen. Also, in Betracht auf die Liga jetzt, spielen wir wieder zu Hause. Und, ja, wenn wir gewinnen würden, wie gesagt, der Abstand zwischen den Teams ist halt so sehr gering. Da durch einen Sieg oder durch eine Niederlage kann man so leicht hoch- oder runterrutschen. Deswegen, ja, wäre es cool, wenn wir gewinnen und kein Flankentor kriegen, wie jetzt wahrscheinlich direkt. Alter, ich konnte wieder null einschätzen, wo der hinkommt, aber, ja, egal, mal gucken. Oh, das war schön. Schade. Nimm den Volli und haut den da ans Lattenkreuz. Diesmal bleibe ich im Tor, diesmal bleibe ich im Tor, ich will nicht raus. Hau den diesmal sogar auf einen kurzen Pfosten, da wo ich eigentlich oft hin renne. Aber ich bleibe im Tor, ich bleibe immer noch im Tor. Jetzt kommt ein krasser Schuss und den halte ich. Naja, so krass war der nicht, aber egal. Auf jeden Fall nice. Uiuiui. 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 Und ich schaffe es einfach nicht, in einem fucking Spiel ohne Tor zu bleiben. Jedes fucking Spiel kassieren wir einen Treffer. Auswärts. Daheim. Scheißegal. Immer. Zu spät gesprungen. Zu klein. Zu schlecht gestanden. Scheißen-Gag, echt. Ja, danke für den Ball. Läuft bei dir. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff hin. Ich hau ihn einfach mal vor. Der kommt sogar an, aber die spielen zu lang rum. Der wird der Schee wohl abpfeifen. Ja. Ach, ist das hässlich. Mann. Und ich merke ja jetzt schon, dass meine Konzentration nicht hundertprozentig da ist. Das soll jetzt keine Ausrede für die ganzen Tore sein, die wir kassieren. Das war schon wieder gefährlich. Ich wäre nicht dran gekommen. Da hat mich nur der Pfosten gerettet. Also wie gesagt, das soll jetzt hier, die Umkonzentration soll jetzt nicht irgendwie Ausrede sein für die Tore. Nur einfach, dass ihr Bescheid wisst. Dass ich müde bin. Und hilf mir. Ja, ich kann mal einen halten. Hui. Junge. Jetzt ist er ganz verrückt. Jetzt ist er ganz verrückt, der Mike. Jetzt hat er sie nicht mehr alle. Oh. Was ist hier los? Ging der an die Latte oder ist der einfach drüber? Weiß ich gar nicht. Es sah ein bisschen nach Latte aus. Ist es Latte gewesen? Ne, er ging einfach drüber. Was ist mit dem Typen? Der Torwart rennt mit vor. Hat der nicht mal alle? Und jetzt. Oh. Alter. Nach müde kommt doof. Oder wie heißt das? Ich spiel auf Ultimativ und renne erst mal mit dem Torwart vor. Hahaha. Ich spiel halt in der Trainerkarriere, was ich in FIFA gemacht hab, die ich halt saulang nicht mehr gespielt hab. Ich hab ohne Spaß. Die Trainerkarriere ist richtig auf Eis gerutscht. In FIFA halt zumindest. Ähm, da spiel ich glaube ich auf Weltklasse. Und ich renne hier in der Torwartkehre auf Ultimativ erstmal durch die Gegend im Torwart. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Komm bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Mal bitte einen Punkt wenigstens. Wir dürfen nicht verlieren gegen die... Gegen Platz 15. Oh man. Warum kriegen wir jetzt so gute Chancen? Nochmal. Alter, ich hab richtig gespuckt. Hahaha. Alter. Mann, ich muss einfach ins Bett. Es ist viel zu spät für alles. Für reden, für machen, tun. Und draußen. Junge, wie es regnet. Krass. Verkackt. Ja, ich hab alles gegeben. Ich bin sogar mit vorgerannt. Ich hab sogar drei gefangenen Bälle. Naja, den einen hätte man haben können. Äh, wir waren wieder gut. Gut, Pfostentreffer, äh, Lattentreffer und auch jetzt die letzten paar Chancen hier nochmal kurz vor Ende. Eigentlich ganz gut gemacht. Und Keita holt sich. Keita Ruell, der Spieler des Monats, läuft. Obwohl wir auch wieder hier verloren haben. Wir können theoretisch noch eingeholt werden, aber sind jetzt immerhin nur Platz 9 in Anführungszeichen. Hätte schlimmer kommen können, auch wenn diese zwei Folgen jetzt nicht so erfolgreich waren. Ich dachte mir, hey, ich nehm auf. Vier Folgen. Junge, alter. Zwei Folgen, äh, ach, ist so laut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es ist so laut. Zwei Folgen, äh, Torwartkehre. Zwei Folgen, Trainer bei, ähm. What the fuck? Für Trainer überaus zufrieden mit Defensivleistung von Mike. Okay, das freut mich. Äh, obwohl ich ja eigentlich jedes Spiel ein Tor kassiere. Ja, läuft. Auf jeden Fall, Keita Ruell hat sich ein Spieler des Monats geholt. Und, äh, wie gesagt, ich dachte mir eigentlich so vier Folgen aufnehmen. Zwei Torwart, zwei, äh, Trainer in Pess. Und, ähm, das Trainer in Pess habe ich jetzt schon mal gestrichen, weil ich so müde bin und es so spät ist. Ähm, und, ja, allgemein jetzt hier vier Spiele lang nicht gewonnen. Doch, haben wir ein Spiel, haben wir gewonnen, das Pokalspiel. Aber auch das war voll crazy. Okay, der lobt mich gerade einfach, weil ich ohne Gegentreffer gespielt habe. Okay, ihr könnt euch selbst durchlesen, drückt auf Pause, lesen, das ist heute durch. Ähm, ja, auf jeden Fall, Keita Ruell holt sich den, äh, Ward ab. Und ich wurde anscheinend gelobt, weil wir ohne Gegentor gespielt haben, was wir eigentlich nicht gemacht haben. Zumindest in der heutigen Folge nicht. Aber der hat wahrscheinlich den ganzen Oktober jetzt gezählt, den ganzen Monat. Und da wurden, haben wir bestimmt mal ein, zwei Spieler ohne Gegentor gespielt. Ist egal, ähm, danke fürs Zuschauen. Und, äh, seid, seid mir nicht böse. Also auch die letzte Folge, auch diese Folge, ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, das feiern auch manche von euch, dass ich so manchmal richtig verpeilt bin. Manchmal nicht, aber manchmal schon. Also, was crazy ist. Gewitter draußen, habe ich so das Gefühl. Und ich will ins Bett und es ist Heiligabend. Und haut euch rein, lasst wer dir da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.